Aber deswegen, das sind Warlock aus Düsseldorf, das reiht ihr ja schon einen ganzen Abend ab. Okay, jetzt kommen wir jetzt gleich, aber ich wollte euch ganz was anderes sagen, und zwar an alle, die heute früh nach Hause müssen, macht euch einfach mal blau, denn nach Warlock kommt noch eine Band, die heißen Ticuman, und die müsst ihr euch unbedingt auch noch angucken. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit Warlock aus Düsseldorf, okay? Warlock aus Düsseldorf, 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 warlock aus Düsseldorf Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. Linkes Stück. Linkes Stück. Handelt er noch überreißen. Und dann... ...wann ist es... ...Hot ihn mir hin! Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. 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 BR 2018 Untertitelung. 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 BR 2018